Servus Dragon Age Freunde, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die nächste Emissiärin rekrutiert. Hierzu müsst ihr nach Kammwald reisen. Wenn ihr das erste Mal nach Kammwald kommt, kommt ihr ganz links am Nordhor an, von dort aus ist es nur ein kurzer Fußmarsch zur Emissiärin. Sie möchte sich den grauen Wächtern anschließen, ihr müsst sie aber vom Gegenteil überzeugen. Wenn ihr die Straße entlang lauft, die von eurem Lager wegführt, trefft ihr auf die grauen Wächter und dort werdet ihr auch Jana finden, die von den grauen Wächtern beschützt wird. Wenn ihr Jana hier nicht vorfinden werdet, findet ihr sie wahrscheinlich am Haus vom Bürgermeister. Wichtig ist, dass ihr Jana gleich zu Beginn rekrutiert, weil sie sonst den grauen Wächtern beitritt und sie dann nicht mehr auf der Karte zu finden ist. Um sie rekrutieren zu können, müsst ihr entweder Solas im Team haben oder unter Inquisitionsboni Adelswissen freigeschaltet haben. Sprecht sie an und drückt, dass sie den grauen Wächtern nicht beitreten soll. Wählt Solas aus und ihr habt sie rekrutiert. Alles tun, um die Verderbnisse aufzuhalten. Diese Hingabe ist bewundernswert, wenn auch gleichermaßen bedenklich. Hört auf ihn. Sich den Wächtern anzuschließen, ist im Moment nicht unbedingt die beste Idee. Ja, euer Gnaden. Ich kann bestimmt auch etwas anderes tun, um zu helfen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich bin weg. Ciao, haut rein. Ich bin weg, schreibt sie in die Kommentare.